Altrittmusik Wie bilateral? Und dann können wir die Tiefe streichen. Und dann kommt das Gegenthema, dann bin ich mit den Haufen, das zu spielen. Und dann noch die Trompete, das Kontrast. Genau, und bei dem werde ich Sie jetzt im letzten Stück. Und dann am Anschluss, wenn du möchtest, jemanden auch zu sehen. Vielen Dank.